Sie haben nicht nur einen Roll-In, sondern mehrere. Sie möchten natürlich auch nicht bei jedem Ofen davorstehen und jedes Mal an das Programm neu eingeben müssen. Das ist beim Miiwe Roll-In auch nicht nötig. Sie haben die Möglichkeit, die Öfen mit einem LAN-Kabel zu vernetzen und sich in einem Masterofen die Programme zu erstellen und dann in Sekundenschnelle auf alle anderen Roll-Ins zu übertragen. Wie dieses geht, zeige ich Ihnen jetzt. Wenn wir auf die Programmverwaltung gehen, sehen wir hier drei Button. Das heißt also, Senden von Programm 29 senden alle Programme. Sie haben die Möglichkeit, dann jedes einzelne Programm oder auch alle Programme an alle angeschlossenen Öfen zu senden. Ebenso die Produktbilder, die Sie selber eingespielt haben, senden Sie mit dem Button an alle Öfen, die verbunden sind. Wir sehen uns in diesem Programm. Wir sehen uns in diesem Programm.